Ja, hallo meine Lieben, heute ist Freitag, der 31. Juli. Ja, und ich bin weiterhin auf dem Weg, gehe meinem Ziel immer weiter entgegen, bin jetzt nicht mehr allzu weit weg vom Brocken. Ich denke, dass ich den in zwei, drei Tagen erreiche und bin hier auf dem Plattenweg. Ja, der heutige Tag beschäftigt mich hauptsächlich mit dem Thema Beziehung, Beziehung zu mir selbst, Beziehung zu anderen. Heute vor sechs Jahren habe ich meine Frau und liebste Gefährtin kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, obwohl wir beide gar nicht suchten, sondern wir haben uns einfach gefunden. Und deswegen geht es heute so ein bisschen bei mir um das Thema Beziehungen. Wie sehe ich mich selbst, liebe ich mich selbst, so wie ich bin. Was für eine Art von Beziehung führe ich zu einem Menschen. Wir sehen vielleicht Beziehungen, die vergangen sind. Gibt es da noch etwas, was nachhängt? Gibt es noch Themen? Was hat sich erfüllt? Wie kann ich auch diese Beziehungen, die mal waren und die vielleicht vergangen sind, auch wertschätzen? Das sind so Themen, die mich momentan sehr beschäftigen. Und ja, natürlich habe ich jetzt auch ein bisschen Sehnsucht oder ganz viel Sehnsucht nach meiner Liebsten, die jetzt zu Hause sitzt. Und ja, wir heute unser sechsjähriges Kennenlern-Datum haben. Ja, mein Lieber, ich küsse dich hiermit. Und ja, mal schauen, was auf dem Weg noch so hoch kommt. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.